Wer an Klaas Häufer-Umlauf denkt, hat auch sofort Joko Winterscheid im Kopf. Klaas und Joko sind das Entertainer-Duo Deutschlands. Vor zehn Jahren startet ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte bei MTV. Mittlerweile sind sie die Aushängeschilder von ProSieben und mit Sendungen wie Die beste Show der Welt oder Joko und Klaas gegen ProSieben gefühlt rund um die Uhr zu sehen. Ein absolutes Traumpaar. Doch Moment mal, eigentlich ist es nicht Joko, sondern diese Dame, die Klaas' Herz höher schlagen lässt. Moderatorin und Schauspielerin Doris Golferschen. Mit der schönen Brünetten ist der Entertainer bereits seit 2012 zusammen. Ihre Liebe krönen zwei gemeinsame Söhne, deren Namen nicht bekannt sind. Generell erhalten Klaas und Doris ihr Privatleben ziemlich geheim. Gar nicht so einfach, wenn man so im Rampenlicht steht wie Klaas. Pärchenfotos wie diese vom Man of the Year Awards 2019 in Berlin sind eine absolute Seltenheit. Schade eigentlich, denn Doris ist eine echte Augenweide. Zu sehen bekommt man sie meistens jedoch nur im TV. Für die Serie Check Check steht das Paar sogar gemeinsam vor der Kamera. Und die beiden scheinen mächtig Spaß am Set zu haben. Denn nicht nur Klaas ist Medienprofi, auch seine Liebste kennt sich ganz genau aus mit Fernsehen, Radio und Theater. Im Alter von zarten 17 Jahren startet die Österreicherin ihre Karriere als Radiomoderatorin, entscheidet sich später für eine Schauspielausbildung und ein anschließendes Drehbuch für Skistudium in Wien. Dann geht das Karriere-Technisch ganz steil bergauf. TV-Auftritt bei der Kultserie Kommissar Rex, Aufführungen im Theater, Moderationen beim Radio und im Fernsehen. Wie Klaas damals für MTV vor der Kamera steht, moderiert Doris die österreichische Chartshow. Nach und nach wird sie das Gesicht zahlreicher Shows im österreichischen TV. 2014 glänzt sie auch im deutschen Fernsehen als Backstage-Moderatorin der ersten vier Staffeln von The Voice of Germany. Aktuell ist sie in der zweiten Staffel von Check Check zu sehen. Und wir freuen uns schon auf den nächsten gemeinsamen Auftritt dieses Power-Pärchens.